Es war 1969, als mein Papa kam Von Zakaria nach Almanya, ja sie kamen mit der Bahn Ihre Hoffnung, die war groß, neue Welt hier war famos Deutschland Wirtschafts- und Anlagen, Türken kamen als in Deutschland Gastarbeiter Zeiten, in den kalten Fremdenheiten Man Fremdlinde auf den Zeiten, aber die Welt sich bekam neue Weiten 73 bin ich als Berliner auf die Welt gekommen Du seh sie mit Deutschland, 60 Jahre Abkommen Ben Berlin'den Ercihin Ve siz Master of Türk Rap programında DJ Ergün'le birliktesiniz